Ich habe in den letzten Tagen stundenlange Telefonate gehabt, Sie haben es gemerkt, an etwas weniger Sendungen, gehabt mit Verschwörungswarnkranken. Und mir ist nochmal richtig bewusst geworden, was für eine große Partei, die für alle Neuparteien wie die Basis, wir 2020, aber auch für die Frackpartei und so weiter sind. Und ja, natürlich muss man deren Argumente anhören, aber man darf sich dahin nicht verstricken lassen. Also als erstes mal hier unten rechts bitte an dem rundlichen Ding schneller drehen, weil ich ja so langsam rede. Ja, liebe Parteien, liebe Neuparteien, die Basis, wir 2020, Sucharit Bhakti, Rainer Füllmich, Bodo Schiffmann, Köhnlein, Gerd Reuter und all die Eva Rosen und all die anderen Prominenten rund um die Parteien. Ihr müsst aufpassen, das ist gefährlich. Es ist gut, dass alle zu Wort kommen sollten. Aber im Moment besteht die Gefahr, dass diese Leute, die eine Mentalität haben wie die Zeugen Jehovas, die hausieren gehen mit ihren Wahnvorstellungen und mit ihren unrealistischen Träumen, dass die euch auch alle infizieren. Lieber Dr. Bodo Schiffmann, es ist sehr gut, dass Sie erkannt haben, dass irgendwas ja Grundsätzliches mit unserem Gesundheitswesen nicht stimmt. Aber das wissen die echten Wissenschaftler schon seit 50 Jahren. Das heißt also sozusagen, das ist gut, aber lassen Sie sich jetzt nicht weiter infizieren in diese Wahngebildereien. Ich nenne keine Namen oder noch keine Namen, solange diese Leute sich nicht weiterhin störend verhalten. Aber zum Beispiel, da hat jemand ein Video empfohlen, Thrive, also Gedeihen. Das sind die Wahnvorstellungen. Da hatte also irgendein reicher Millionärsohn, Proctor Gamble oder so und irgendein Scientologe und die hatten dann wohl irgend so was wie einen psychotischen Schub. Sie hatten eine Halluzination und machen daraus eine neue Welterklärung. Das sieht dann auch scheinbar so aus, als könnte da was ran sein, besonders wo da auch immerhin mal was aufblitzt von wegen, dass man natürlich den Arzt belohnen muss für Gesundheitsförderung und nicht für den Verkauf von möglichst vielen Behandlungen aller Art, Impfungen, Tests, Chemotherapien, Masken und was auch immer. Aber so ein, zwei vernünftige Gedanken, die da aufblitzen, bedeuten nicht, dass nicht der Rest einfach eine Wahnerkrankung ist. Also irgendwie so die Idee, weil ich doch frustriert bin, muss es ja irgendwelche bösen Teufel und satanischen Mächte und Kräfte geben, die dann schuld sind, an dem das mir schlecht geht. Die Antwort ist, die wahre Antwort, das ist also der Projektionsmechanismus. Andere müssen schuld sein. Nein, die wirkliche Erkenntnis beginnt damit, dass wir erkennen, wir alle selber sind schuld. Wir alle haben seit 400.000 Jahren ein gemeingefährliches Wirtschaftssystem laufen lassen und sie alle haben mitgemacht. Wir alle haben mitgemacht. Auch ich habe mitgemacht, bevor ich dann erkannt habe, dass ich da nicht mehr mitmachen darf, weil ich eben auch dann wie alle anderen Schaden anrichte. Nein, sozusagen, diese Verschwörungswahnkranken, die sehen nur, es ist frustrierend und dann sind andere böse schuld. Und dann tauchen da Bilder auf von irgendwie Massenaufläufen. Also das heißt nichts anderes als eigentlich versteckte Aufforderungen zu einer gewaltsamen Revolution und einem gewaltsamen Aufstand und so weiter. Also das ist zutiefst, diese Verschwörungswahnkranken, das ist zutiefst verfassungsfeindlich und ist gewaltsam und ist kriegerisch und so weiter. Und kommt so nett daher, so in diesem Kontext, esoterische Verschwörungstheorien. Das hat aber wie die Artikel darüber, ich habe dann viele Artikel gefunden, die ganz klar sagen, dieses geisteskranke Geschehen, das ist nicht die Lösung, sondern das ist das Problem. Und zwar ist es das Problem, weil es eben sagt, die anderen, alle anderen sind schuld, nur ich nicht. Die Wahrheit ist aber, ich selber bin schuld. Jeder von Ihnen da draußen und ich auch bis zu meinem bestimmten Lebensjahr, habe ich auch mitgemacht und mitgelebt und habe dieses kranke System dadurch stark gemacht. Und wir alle müssen unseren Fehler korrigieren. Und unser Fehler lautet, und damit bin ich bei der Talkshow, unser Fehler ist doch, ja, und übrigens dann auch noch wieder viel Zeit gekostet, hat mich auch die Diskussion mit Extinction Rebellion, Fridays for Futures Fans. Die wollen auch nur, die wollen auch wieder nur, ja, da ist auch wieder nur die Projektion. Die meinen da eine Gefahr zu sehen und dann fangen sie an zu plärren wie Kinder und schreien, gib mir, ich bin nicht die Ursache des Problems und ich will es auch nicht lösen. Aber ihr sollt es für mich lösen. Und ich will dafür nichts geben, sondern ich will nur nehmen. Ich will nehmen, dass ihr mir die Welt klimaneutral macht, aber ich will nichts geben. Und dann habe ich geantwortet, nee, wir wollen aber nehmen. Ich selbst möchte sozusagen ein Leben haben, das viel gesünder, länger, reicher, glücklicher ist. Wobei mich reicher nicht interessiert, aber viele interessiert das ja. Also glücklicher, gesünder, länger, reicher, glücklicher. Und dafür bekannt machen können die Reformen der nextscientistsforfuture.de und des Weltrates diese Reformen bekannt machen. Können nur Fridays for Future, Extinction Rebellion, Greta Thunberg, Luisa Neubauer, Carla Rebensschmar und so weiter. Und in einer Weltpressekonferenz könnten wir das machen und dann könnte man den Deal machen. Okay, wir haben keine Ahnung, ob das mit dem Klima wirklich ein Problem ist oder nicht, aber ihr wollt das so. Also, wir geben euch das. Wir geben euch in Deutschland 900 Milliarden für den Klimaschutz ab. Und ihr ermöglicht uns weltweite Bekanntheit und weltweites Diskutiertwerden unserer Reformen. Dann reformieren wir mit Frau Merkel zusammen Deutschland, erzielen jedes Jahr bis zu 500 Milliarden Euro plus. Das ist am Anfang natürlich nicht gleich 500 Milliarden. Ich glaube nicht, dass wir im ersten Jahr 500 Milliarden schaffen, aber auf jeden Fall. Und dann von den ersten Milliarden geben wir 80, 90 Prozent, geben wir im vertragstreuen Sinne Fridays for Future und Extinction Rebellion für den Klimaschutz. Und dann haben wir weiterhin, dann haben wir das quasi im Prinzip in zwei Jahren abbezahlt, in drei Jahren abbezahlt. Und danach haben wir jedes Jahr 500 Milliarden Wirtschaftswunder, mit denen wir machen können, was wir wollen. Und wodurch dann die Menschen auch dadurch, deren Leben gesünder, länger, reicher, glücklicher geworden ist. Einmal durch die Reformen, die glücksfördernd sind, und einmal, weil das ein Riesenreichtum erzeugt. Und dafür müssten aber Fridays for Future und Extinction Rebellion bereit sein, in einen Gebens- und Nehmensprozess zu kommen. Und aber die sind bis jetzt nur auf dem Standpunkt, wir wollen nur nehmen. Die anderen sollen tun, und wir wollen nehmen, wir wollen plärren und sagen, gebt uns, gebt uns Klimaschutz. Aber wir sind nicht bereit, etwas dafür zu geben. Wir wollen auch nicht sehen, dass wir selber das Ganze ja verursacht haben und mit verursachen, dass wir die größten Klimazerstörer sind mit unserem Lebensstil, den wir bis jetzt als Kinder und so weiter an den Tag gelegt haben. Sondern immer nur dieses, die anderen sind schuld, und ich will nur nehmen, aber ich will nichts geben. Und da habe ich gesagt, für mich ist die Diskussion beendet. Entweder ihr Extinction Rebellion und Fridays for Future sagen, was sie uns geben wollen. Dann sind wir bereit, Klimaschutz zurückzugeben, egal ob wir wissen, uns ist dann egal, dass wir keine Ahnung haben, ob das wirklich ein ernsthaftes Problem ist oder nicht. Das ist uns egal, denn wenn wir in zehn Jahren fünf Billionen Euro plus machen, dann ist es uns egal, wenn wir den Fridays for Future im Sinne eines Zurückgebens als Gegenleistung eine Billion davon abgeben. Das tut uns doch nicht weh, wenn wir innerhalb von zehn Jahren schon vier Billionen plus haben. Aber, wie gesagt, wir sind nur bereit, tätig zu werden, wenn es ein Geben und Nehmen ist und nicht jemand von uns nur nehmen will und nichts geben will. Wir können nichts machen ohne Publicity. Wir können nichts machen ohne die Publicity durch Fridays for Future, Extinction Rebellion, durch die Basis, durch wir 2020 oder so. Wir können nichts machen ohne Publicity, weil die Leute nur Promis zuhören, nur Prominenten-Sachen zuhören. Wir sind also darauf angewiesen, dass unter den Prominenten mal ein paar Intelligente sind, die erkennen, dass es hier Kompetente gibt, nämlich die Next Scientists for Future und dass man mit denen zusammenarbeiten muss, wenn man dann auch noch etwas erreichen will, nämlich zum Beispiel regieren will oder Klimaschutz will oder was auch immer. Aber nein, alle wollen nur plärren und diese Zeugen Jehovas, die da mich teilweise angerufen haben und viel Zeit gestohlen haben, die wollen ihre Wahnvorstellungen ausbreiten, die wollen gar nicht diskutieren. Das ist wie mit Zeugen Jehovas. Sie werden es nie schaffen, Zeugen Jehovas von der Falschheit und Unwahrheit ihrer Konzepte zu überzeugen, denn die kommen nur, um zu missionieren. Und solche Leute, liebe Partei, die Basis wir 2020, davon haben sie jetzt schon zu viele wahrscheinlich als Mitglieder. Denn wenn ich an die Parteiprogramme, die Wahlprogramme für Baden-Württemberg denke und diese völlig unwählbaren Programme denke, dann haben sie schon viel zu viel von diesen Verschwörungswahnkranken innerhalb der Parteien reingelassen. Sie hätten besser filtern müssen. Sie dürfen nicht jeden aufnehmen. Sie müssen gucken, ist das ein Verschwörungswahnkranker und wie viel davon dürfen wir aufnehmen, damit wir uns nicht zu weit von einer repräsentativen WählerInnen-Stichprobe im Rahmen der Parteibasis von diesem Ideal nicht zu weit entfernen. Sonst geht alles kaputt, denn diese Verschwörungswahnkranken erzeugen unwählbare Parteiprogramme, die gespickt sind mit Halbwahrheiten. Aber die Bürger warten nicht auf Halbwahrheiten, die warten auf kompetente Wahrheiten und deren Umsetzung und nicht auf Halbwahrheiten und Illusionen. Ja, Schluck Wasser. Jetzt noch einmal. Wie machen die Next Scientists for Future ihr Leben ganz praktisch und ganz konkret, ohne Spinnereien. Gesünder, länger, reicher, glücklicher. Indem wir nicht appellieren weiter, dass irgendwann mal was Gutes tun solle und nicht Leute beschimpfen und beleidigen. Natürlich gibt es immer irgendwo ein paar Verbrecher, die irgendwelche Komplotte und verbrecherischen Pläne schmieden. Aber wir müssen ein Mittel finden, das sowohl die verbrecherischen Pläne beendet, als auch die Irrtümer und die Dummheiten und alles andere auch behebt. Und da gibt es nur ein Mittel. Gutes tun, ganz gezielt und ganz gekonnt, mit 50-jähriger Erfahrung, ganz gezielt und professionell, mit professionellem Kompetenzhintergrund, Gutes tun, so gezielt zu belohnen, durch ganz gezielte positive Anreize, die auf Grundlage von allgemeinen und speziellen Messgrößen errechnet werden, präzise, datensicher, genau. Und die dazu führen, dass jeder verbrecherische Plan endet, weil er gar kein Geld einbringt. Sozusagen, welcher Verbrecher zieht noch einen Plan durch? Wenn am Ende seines Raubzuges gar kein Geld mehr dafür rauskommt, gar nichts für ihn rauskommt, weil das Belohnungssystem die positiven Anreize so gesetzt werden, dass positive Anreize nur noch bekommt, und wer mit seiner Firma bewiesenermaßen an harten Daten gemessen, an allgemeinen Messgrößen und speziellen Messgrößen gemessen, bewiesenermaßen den WählerInnen, das Leben der WählerInnen, gesünder, länger, reicher, glücklicher gemacht hat. Und für alle anderen gibt es keine Gewinnmöglichkeit. Also verschwinden die verbrecherischen Pläne und es verschwinden die Folgen von Dummheit und von Unwissen und Irrtümern, von vorteilbringenden Irrtümern. Es verschwinden aus unseren Köpfen die parasitären Meme, die Killerviren des Geistes, wir kommen in eine Welt der Wahrheit hinein. Und die kleinen Verbrechen, also wo jemand unmittelbar, was weiß ich, jemanden, was über den Schädel haut und ihm Geld raubt, diese Verbrechen verschwinden, wenn dann also auch der ganze innere Sicherheitsapparat auch wieder nur noch belohnt wird dafür, wenn er das Leben der WählerInnen durch Verhinderung von Straftaten bewiesenermaßen gesünder, länger, reicher, glücklicher gemacht hat. Besser gemacht hat. Und so kommen wir dann zu einer Gesellschaft mit praktisch null Kriminalität und diese von allen ja so von den Wahnkranken so überall gesehene weltweite Wirtschaftskriminalität, nämlich dass also hier die Wirtschaft sich verschworen habe, uns allen zu schaden und so weiter. Nein, in der Wirtschaft wird Geld verdient und da wird viel Schädliches gemacht, weil wir alle bisher, weil wir alle bisher, ja auch die Verschwörungswahnkranken, bisher nichts dafür getan haben, die Next Scientist for Future zu unterstützen und deren Sätzen, gekonntes Sätzen von so starken, positiven Anreizen, dass die Probleme verschwinden, nämlich die verbrecherischen Pläne der Wirtschaft, wenn es sie denn gibt, denn beweisen kann man das nicht und es verschwinden die vorteilbringenden Irrtümer, die parasitären Meme, die Killerviren des Geistes und deren Schaden, den sie anrichten, die Glückszerstörung verschwindet, die Gesundheitszerstörung verschwindet, ja, aber nur, wenn man es tut. also deswegen, liebe Parteien, die Basis, sprecht nochmal mit allen Mitgliedern einzeln, mit der Überlegung, passt der zu dem Bild einer repräsentativen Wählerstichprobe oder handelt es sich eben eher um einen Verschwörungswahnkranken, ich muss das auch noch einmal erwähnen, mit Zeugen Jehovas, da meine ich dann auch so Leute wie, es gibt ja in den Medien, wenn man mal googelt, wenn Sie mal googeln, dann wird ja Rudolf Steiner, Anthroposophie, statt Anthropologie, also statt echter Wissenschaft, also Anthroposophie und irgendwie all diese Dinge da, Dreigliederung und was auch immer da, das wird ja, wenn Sie mal googeln, das wird ja alles in die Nähe gerückt, so in die Nähe eines Sektenverdachtes und genau so habe ich mich gefühlt, ich habe mich genauso gefühlt, wie im Gespräch mit Zeugen Jehovas, also die Leute, die mir gegenüber in Telefonaten jedenfalls so als Steiner-Fans aufgetreten sind, das sind für mich einfach nur Zeugen Jehovas, das sind arme, kranke Menschen, voll von Unwissenheit und Inkompetenz, die sich geistig innerlich sich gewandelt haben in Sektierer und mit diesem Sektenbeglückungsideologien hausieren gehen und auch gar nicht damit klarkommen, überhaupt gar nicht argumentieren können, sie können gar nicht auf Wahrheitsgehalt von Argumenten eingehen, denn ihre Sektenideologie ist ja die Wahrheit, das steht ja schon fest, und mit solchen Menschen können sie nichts anfangen und solche Leute sollten sie aus dem Umfeld ihrer Parteien schleunigst entfernen, egal ob das Wissenschaftler, das sind dann nämlich Pseudowissenschaftler sind oder wer auch immer es ist, egal welche Titel sie haben oder nicht haben, das sind arme Warnkranke, ja, und das sind Zeugen Jehovas und sie wollen noch keine Partei, neue große Volkspartei begründen, indem sie lauter Zeugen Jehovas dabei haben. Und noch einmal, liebe, sozusagen, liebe, wir 2020, die Basis, Sucharit Bhakti, Rainer Füllmich, Bodo Schiffmann, Klaus Köhnlein, Gerd Reuter, Rosen, ich glaube, mit fast allen habe ich schon gesprochen, oder ich habe mit der Frau von Herrn Bhakti gesprochen, mit Herrn Füllmich habe ich gesprochen, Bodo Schiffmann, nee, den habe ich noch nicht persönlich erreicht, Herrn Köhnlein habe ich erreicht, Herrn Reuter auch noch nicht, mit Eva Rusen habe ich lange gesprochen, ja, lasst euch nicht jetzt rein verweben in die Warngebilde. Es ist gut zu erkennen, dass hier was schief läuft und dass Deutschland einen gewaltigen Reformbedarf hat. Lasst euch aber nicht infizieren von diesem Warngebilde da, Verschwörungswarngebilden und so weiter. Das geht dann zu weit. Wir müssen richtig reformieren. Wir müssen, ja, wir müssen, ja, zum Beispiel den WählerInnen, wenn wir 56% der Wählerstimmen erreichen wollen und im Herbst schon den Kanzler stellen wollen, dann müssen wir den WählerInnen sagen, wir machen mit naturwissenschaftlicher Präzision, operieren wir das Gesundheitssystem für sie so, dass der Arzt, ihr Hausarzt, nur noch belohnt wird, wenn es ihm bewiesenermaßen am Ende gelingt, dass sie niemals Krebs bekommen, niemals Herzinfarkt oder andere schwere Erkrankungen bekommen. Dafür wird er gezielt belohnt und nicht dafür, dass er ihnen so viel wie möglich Impfungen, Tests, Masken, Chemotherapien, Operationen, Bestrahlung und so weiter verkauft. Denn dafür wird er im Moment belohnt und das macht er bis jetzt. Er wird aber überhaupt nicht finanziell belohnt oder auch mit anderen positiven Anreizen wird er überhaupt nicht belohnt, wenn sie nicht krebskrank werden. Er wird eher finanzielle Verluste haben, wenn sie nicht krebskrank werden. Und sie wollen doch, dass der Arzt ihr bester Freund wird und den ganzen Tag darüber nachdenkt, wie er verhindern kann, dass sie jemals Krebs bekommen oder Herzinfarkt. So einen Arzt wollen sie doch, liebe Wähler. Ja, und liebe Parteimitglieder, sie verstehen doch, da sind wir auf dem Boden der Realitäten. Das ist vernünftige Kritik und vernünftige Reformansätze. Gekonnte Reformansätze. Und so gut können wir das in jeder noch so winzigen Sparte der Gesellschaft. Aber bitte lassen sie sich nicht infizieren von all diesen Verschwörungswahnkranken, auch wenn die scheinbar als Wissenschaftler oder mit Titel auftreten oder was auch immer. Das sind keine Wissenschaftler mehr. Das sind erkrankte Menschen, die sich aus dem, die sich gegen die Naturwissenschaften gestellt haben. Das sind Menschen, die fast in die Kategorie Flacherdler und Kreationisten gehören, jedenfalls im weitesten Sinne und sich praktisch gegen die Naturwissenschaften gestellt haben und sich selbst aber noch als Wissenschaftler empfinden, obwohl sie mittlerweile längst Verschwörungswahnkranke geworden sind, die jetzt versuchen, sie zu infizieren. Darauf müssen sie aufpassen. Schluck Wasser. Jetzt verlese ich noch, was ich in den letzten Tagen angesammelt habe. Und dann muss ich mich ja auf die Talkshow vorbereiten. Gesünder, länger, reicher, glücklicher. Wir können alles beeinflussen, nur nicht die mangelnde Hirngröße und damit fehlende Klugheit. Ich habe also diesen Extinction Rebellion Leuten auch geschrieben, wenn doch die Menschheit das mit dem Experiment größeres Gehirn, größeres Gehirn erfindet Wirtschaftssystem, Wirtschaftssystem geht nach hinten los, richtet Schaden an, führt zur Gehirnverkleinerung und Gehirn ist zu klein, um das Problem zu lösen. Dann ist es doch gut, wenn diese Art ausstirbt, denn sie hat sich ja als nicht überlebensfähig erwiesen. Ist doch gut dann, wenn die Menschheit ausstirbt oder wenn die vom Klima da hingerafft wird. Dann kommt vielleicht eine andere Art, die irgendwie diese Hürde, Wirtschaftssystem, also Tauschhandel, Markt, Arbeitsteilung, die dieses Problem überwindet, ohne dabei kaputt zu gehen. Und wir schaffen es halt nicht. Homo sapiens schafft es nicht. Er geht kaputt, weil er einfach mit dieser Erfindung Tauschhandel, Markt, Arbeitsteilung nicht klarkommt. Er kommt mit den Schäden, die das verursacht, nicht klar, mit den Nachteilen, die das auslöst, nicht klar. Dann ist es doch gut, wenn er so schnell wie möglich ausstirbt, bevor er ernsthaft die Erde wirklich beschädigt. und wir können jetzt so viel reden, wie wir wollen. Wir können jetzt reden, was wir wollen. Wir können Ihnen gesündere Ernährung empfehlen, dann wird Ihr Gehirn ein bisschen leistungsfähiger. Aber im Prinzip können wir nichts tun, damit Ihr Gehirn, außer vielleicht minimal leistungsfähiger werden durch gesündere Ernährung und mehr Bewegung und Sport und alles. Aber wir können bei Ihnen kein Hirnwachstum auslösen. Schaffen wir nicht. Geht nicht. Wir sind nicht allmächtig. Wir können Ihre fehlende Klugheit nicht korrigieren. Können wir nicht. Wir sind nicht allmächtig. Wir haben nur Können und Wissen. Aber wenn da kein Gehirn ist, das Wissen und Können verstehen kann, dann geht das nicht. Und dann kann es sein, dass wir einfach gucken müssen, ob im Bereich der Großunternehmen und der Managementkonzerne mehr Intelligenz und größere Gehirne sind. Also vielleicht geht Staatscoaching ganz einfach nicht, weil dort zu viele Menschen mit zu kleinen Gehirnen sind. Vielleicht geht generell Staatscoaching nicht. vielleicht geht auch Großunternehmenscoaching GUC, also G-U-C, Großunternehmenscoaching GUC, vielleicht geht das auch nicht, weil dort auch die Gehirne zu klein sind. Aber vielleicht geht es doch. Und das sollten wir dann in den nächsten Tagen nach der Talkshow probieren. Es sei denn, die wird ein Riesenerfolg. Dann sollten wir es probieren, mit den großen Managementkonzernen und Public Relationskonzernen zu sprechen, in der Hoffnung, dass die erkennen, Aha, das GUC, also das Großunternehmenscoaching der Next Scientists for Future ist viele Billionen wert. Die sind bereit, uns eine Milliarde davon abzugeben. Das wäre ein guter Deal. Wir nutzen unsere Kontakte und finden Kunden, die also dieses GUC kaufen wollen. vielleicht erst mal einen kurzen Probelauf davon kostenlos haben wollen und dann kaufen wollen. Und davon bekommen dann 80 Prozent die Vermittler ab, bis zu einer Milliarde. Und die anderen 20 Prozent benutzen die Leute, die vorübergehend dann rausgegangen sind aus Next Scientists for Future und Weltrat, die vorübergehend ausgetreten sind, die geben, spenden das Geld dann wieder an den Weltrat und die Next Scientists for Future zurück, diese 20 Prozent, damit die vielleicht doch noch das Staatscoaching hinkriegen. So nach dem Motto, man gibt ja nicht auf. Egal für wen oder was, diese eine Milliarde. Die Ist-Situation weltweit riesiger Mangel an Wissen über Menschen und menschliche Systeme. also liebe Management-Konzerne und Public Relations-Konzerne. Die Diagnose des Weltrates und der Next Scientists lautet, weltweit haben wir es zu tun mit einem riesigen Mangel an Wissen über Menschen und menschliche Systeme, also auch Wirtschaftssysteme, Unternehmenssysteme und so weiter. Und es gibt zwei Wege, wie die Weltbevölkerung überflutet wird mit parasitären Memen Killer-Viren des Geistes. Ach so, wir sind jetzt in einem etwas anderen Thema. Also ich schließe das mal ab. Also die Hoffnung ist, dass bei den Management-Konzernen genügend Gehirn vorhanden ist, um zu erahnen, dass die Guck, also das Großunternehmenscoaching der nextscientistsforfuture.de Billionen wert ist und dass sie da ein Geschäft erkennen können. Wenn ihr Gehirn dafür nicht reicht, dann haben wir Pech gehabt. Also jetzt noch einmal zurück zum Thema auch Verschwörungswahnkranke. Die haben ja nicht ganz Unrecht. Es ist ja durchaus denkbar, dass es einzelne Komplotte oder Verschwörungen oder verbrecherische Planer geben mag. Sowas gibt es immer. Es gibt insofern, es gibt zwei Wege, wie die Weltbevölkerung überflutet wird mit parasitären Memen beziehungsweise Killer während des Geistes. Nämlich einmal sind es Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die eben ja dann quasi ganz bewusst parasitäre Meme aussenden, manipulative Meme, also Killer Viren des Geistes ganz bewusst als Lüge, als Betrug aussenden. Das ist ein Weg, wie es dazu zur Versäuchung der Weltbevölkerung durch parasitäre Meme beziehungsweise Killer Viren des Geistes kommen kann. Eben durch die Verbrecher gegen die Menschlichkeit. Mag es geben, ist aber unwichtig, weil die Therapie ist immer der gleiche. Und der zweite Weg sind die vorteilbringenden Irrtümer. Das ist die Dummheit, das sind die Irrtümer, das ist, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also die Ersteren wissen, was sie tun und für die Letzteren gilt, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das Schöne ist doch, dass die Therapie, dass es einen Passpartout gibt, die Lösung für alles. Also es ging darum, den Passpartout für alles zu finden. Und der lautet starke, positive Anreize lösen das Problem verbrecherischer Pläne der Wirtschaft und das Problem der Schädigung über Dummheit, Irrtum, vorteilbringende Irrtümer. Und wenn sie das Problem, wir entziehen quasi den verbrecherischen Plänen die Beute, weil so wie die positiven Anreize gesetzt werden, gibt es durch verbrecherisches Handeln einfach keine Beute mehr. Wir nehmen diesen verbrecherischen Plänen die Beute weg und wir nehmen den Dummen mit ihren vorteilbringenden Irrtümern, den Sozialsparten, den NGOs Sparten, den Arbeitsamtssparten und der Gesundheitssparte und der Pharmasparte, der Impfsparte, denen nehmen wir die Belohnung weg, die positiven Anreize weg, die Beute weg für ihre Irrtümer, die Honorierung weg. Und wenn sie keine Honorare mehr kriegen, dann werden sie sich fragen, ob sie sich vielleicht doch geirrt haben und ob das nicht vielleicht alles Irrtümer waren, auf Grundlage dessen sie bis jetzt gearbeitet haben. Und dann sterben diese Irrtümer rückzug aus und werden dann durch dann vorteilbringende Wahrheiten ersetzt. Also damit ist doch alles gelöst. Wir haben doch einen Schlüssel für beides. Wir brauchen doch nicht weiter irgendwie über Verschwörungen zu fantasieren, was man nie wird beweisen können, wie wollen sie so was juristisch beweisen, sondern es reicht doch, wenn wir uns mit der Lösung beschäftigen. Und die Lösung lautet, wir setzen so starke positive Anreize, dass wir sowohl den Verbrechern die Beute wegnehmen, als auch den sich Irrenden die Beute wegnehmen. Und Beute gibt es nur noch für für Beute gibt es nur noch, wenn man das Leben der Wählerinnen, also ihr Leben, liebe Wählerinnen, nachweislich bewiesenermaßen gesünder, länger, reicher, glücklicher gemacht hat. Und das bedeutet dann, dass Sie, liebe Wählerinnen, eine große Chance haben, Niemals Krebs, Herzinfarkt oder andere schwere Erkrankungen zu bekommen. Weil alle jeden Tag aufstehen und sich ständig nur fragen, wie kann ich dafür sorgen, dass meine Kunden, meine Mitarbeiter und Anwohner niemals Krebs bekommen, niemals Herzinfarkt. und das fragt sich Ihr Marktleiter, Ihr Supermarktleiter, Ihr Kioskleiter, Ihr Restaurantleiter, Ihr Hausarzt, Ersatz, Gesundheitskommunenteam, alle fragen sich das, wenn sie morgens aufstehen, fragen sie sich, wie kann ich als guter Freund dafür sorgen, dass meine Kunden, meine Mitarbeiter und meine Anwohner, meine Kunden, Mitarbeiter, Anwohner nie Krebs bekommen, nie Herzinfarkt, dass die lange, dass die alle ein Leben haben, das ganz viel gesünder, länger, reicher, glücklicher ist. Und damit haben wir doch das Problem gelöst, wir brauchen uns doch gar keine Gedanken mehr zu machen, ob und wo es irgendwelche Verschwörer gibt, das ist doch Geschichte, wir haben doch die Lösung. Wir haben doch die Lösung, wir brauchen uns doch gar nicht mehr damit beschäftigen. Das Schlimmste ist das Schlimmste in der Welt, die mit den kleinsten Gehirnen sind leider, sind die Naiven. Das sind die mit dem Spruch, ja der Onkel Doktor meint es doch gut. Da brauchen wir doch keine positiven Anreize zu setzen, der meint es doch gut, der ist doch kooperativ, alles was er tut, ist doch gut für mich, der meint es doch gut, da gibt es doch keinen antikooperativen Anteil. Diese Leute sind blind für den antikooperativen Anteil sowohl durch verbrecherische Pläne als auch durch Irrtümer, durch vorteilbringende Irrtümer. Und das sind die schlimmsten, weil die ganz naiv, ganz einfach sozusagen in der Illusion leben, es gebe nur den kooperativen Anteil, es gebe weder verbrecherische Pläne noch vorteilbringende Irrtümer. Menschen mit solchem kleinen Gehirn, da kann man nichts machen, die werden wahrscheinlich auch nicht wählen, weil die sagen, wozu brauche ich eine Gesundheitsreform, wo positive Anreize gesetzt werden, oder eine Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege, wo positive Anreize gesetzt werden. Es gibt doch keinen Bedarf dafür, der Onkel Dr. meint es doch gut, der ist doch nur kooperativ. Alles, was er tut, der ist doch ein Vollgott in Weiß, ist ein engelsgleiches Wesen, völlig selbstlos und hat nur mein Bestes im Sinn. Diese Leute verstehen nicht, dass der natürlich ihr Bestes im Sinn hat, ihr Geld, aber nicht ihre Gesundheit. Kann er nicht haben, weil er dafür nichts kriegt, bis jetzt. Ja, schon besser sind die Leute, ein bisschen besser sind die Leute, ein etwas größeres Gehirn haben, die, die überall verbrecherische Pläne in der Wirtschaft vermuten. Weil immerhin erkennen die schon, da gibt es was Antikooperatives. Das ist ja schon mal ein Fortschritt, dass die nicht mehr auf dem Stand sind, ja, der Onkel Doktor meint es doch gut, es ist doch alles, alle meinen es gut und sind selbstlose Engel und so weiter. ja, so, also es ist immerhin schon mal besser, nur übertreiben es diese Leute und die sehen überall Verbrecherisches und Schädliches, nur nicht bei sich selber, sie sehen nicht selber, dass sie auch das Schädliche sind. Das sind diese projizierenden Übertreiber, das ist zu viel und das Beste ist eben, wenn man erkennt, ach ja, das ist doch ganz einfach, wir müssen uns selber und den anderen den Rahmen geben, dass wir Gutes tun, gezielt durch starke, gekonnt, und zwar richtig mit 50 Jahren Erfahrung gekonnt, Naturwissenschaftserfahrung gekonnt, positive Anreize so gezielt setzen, dass Gutes tun dann kommt und wir selber auch Gutes tun müssen und wir selber nicht weiter schädlich wirken für unsere Mitmenschen. also den Verschwörungswahnkranken fehlt die Selbsterkenntnis, dass sie ja selber auch schädlich sind und die Naturwissenschaftler erkennen natürlich, natürlich, wir leben auch schädlich und haben auch schädlich gelebt und leben auch heute noch, weil das System, wir haben es ja noch nicht geschafft, das System zu ändern, also läuft alles, was wir machen, auch auf Schädigung hinaus. Also so noch mal zusammenfassen, das ehrenamtliche Staatscoaching läuft nur schleppend an, wegen zu geringer Intelligenz und Gehirngröße. Bezüglich Guck, also Großunternehmenscoaching, erhoffen wir, mehr und häufiger Intelligenz anzutreffen, also größere Gehirne anzugreffen. Guck-Kunden, die Guck-Kunden müssen dann aufteilen, also wenn wir dann zum Beispiel, nehmen wir mal an, wir würden jetzt Mercedes beraten oder wen auch immer, und dort das Coaching machen, das Großunternehmenscoaching machen, dann müssen die aufteilen, die überweisen 80% des Geldes an die Vermittler und 20% hier an unseren Kassierer oder so und das spenden wir dann großteils um Staatscoaching, das Staatscoaching voranzubringen, so nach dem Motto, denn das Großunternehmenscoaching wird unsere Probleme nicht lösen, denn ein Großunternehmen, stellen Sie mal vor, ein großer Zuckerkonzern lässt sich von uns beraten, dann müssen wir ja im Sinne der Vertragstreue, müssen wir denen ja helfen, wie die noch mehr Zucker verkaufen und das machen wir dann auch, das kriegen wir auch hin, weil das, wir wissen einfach, wie Menschen funktionieren, wir wissen, wie Systeme gut, besser funktionieren und dann wird die Sache mehr Zucker verkaufen, dadurch wird es mehr Krank gegeben durch den Zucker. Sie merken also, Guck, also Großunternehmenscoaching löst uns viele Probleme nicht, natürlich wird der Zuckerkonzern auch ein Interesse haben, dass seine Mitarbeiter in der Kantine zuckerfrei ernährt werden und dass die Mitarbeiter sich im Privatleben zuckerfrei ernähren, genauso wie ja die Alkoholfirma, der Alkoholkonzern auch ein Rieseninteresse daran hat, dass die Mitarbeiter in der Kantine nicht nur statt gesundem Gemüse oder Obst, nicht nur Alkohol trinken als Nahrung sozusagen oder Zigaretten rauchen beim Zigarettenkonzern, sondern der Großkonzern hat natürlich ein Interesse, dass sich die Mitarbeiter so weit wie möglich fernhalten von Zucker, Alkohol und Tabak, auch wenn der Konzern Zucker und Alkohol und Tabak verkauft. Aber auf der anderen Seite müssen wir als Großunternehmenscoaches dafür sorgen, dass dieser Konzern den Opfern draußen dann mehr Zucker, Alkohol und Tabak verkaufen kann. Weil dafür werden wir bezahlt und wir sind vertragstreu und wir machen das dann auch. Ja, warum nicht? Das läuft ja sowieso alles darauf hinaus und wir beschleunigen das Ganze ja nur ein bisschen. Und mit den Geldern, die wir dann bekommen, mit den 20%, die in unseren Topf kommen, mit denen können wir dann wieder versuchen, das Staatscoaching voranzubringen, sodass wir dann es vielleicht schaffen, dass wir dann diesem zukünftig, dem Zucker, Alkohol und Tabakkonzern einen neuen Rahmen geben mit positiven Anreizen, dass der sagt, wir stoppen unsere Zucker, also wir ersetzen unsere Zucker und Tabak und Alkoholproduktion, die lassen wir ausschleichen, wir liefern Zucker, Tabak und Alkohol weiterhin in großen Mengen in die Welt hinaus, aber nicht mehr nach Deutschland, denn wir kriegen dafür keine Beute mehr, wir kriegen keine positiven Anreize mehr dafür in Deutschland, für Deutschland, also wir lassen die Weltproduktion weiterlaufen, solange die anderen Staaten der Welt auch positive Anreize setzen. Aber jetzt hat erst mal Deutschland uns positive Anreize gesetzt und jetzt machen wir folgendes, wir diversifizieren, wir stellen jetzt nicht mehr nur Zucker, Tabak und Alkohol her, sondern wir stellen jetzt auch Gewächshäuser her, in denen oder kaufen uns Gewächshäuser, riesige Gewächshäuser, Restaurants, Gewächshäuser, Restaurants und so weiter und steigen in das gesunde Ernährungsgeschäft ein. maximal gesundes Obst, maximal gesündes Gemüse, maximal gesunde Nüsse, alles giftstofffrei und so weiter und dann haben diese Konzerne auch in Deutschland eine Zukunft und im Weltmarkt verkaufen sie so lange noch weiterhin das krankmachende, nämlich Zucker, Alkohol, Zigaretten wie die Welt, die anderen Staaten der Welt noch so dumm sind, dass sie keine positiven Anreize durch die NextScientists for Future .de setzen lassen. Denn wie gesagt, jeder Staat, der das ohne die NextScientists for Future versucht, wird kläglich scheitern, weil es wirklich richtig schwierig ist. Also ohne 50 Jahre Naturwissenschaftserfahrung sollte man sich daran nicht wagen, weil ich kriege das ja überall mit, niemand, also auch wenn die Leute unsere Texte lesen oder alles Mögliche, niemand versteht auch nur halb, worum es wirklich geht. Am Ende eine winzige Ungenauigkeit beim Setzen der positiven Anreize, eine kleine Ungenauigkeit bei den allgemeinen Messgrößen und bei den speziellen Messgrößen und das Ganze geht nach hinten los. Das hat ja unser Professor Ernst auch im Talk ganz klar gesagt, hoffentlich geht das Ganze nicht nach hinten los, weil man kann ja ein System dann auch noch verschlechtern. Und genau das würden die anderen Staaten machen, wenn wir nicht ständiger Gast über Online-Konferenz nicht dort vor Ort wären. Und wir müssen ja nur optisch und sprachlich in Englisch und so weiter dort vor Ort sein. Wir müssen ja nicht physisch vor Ort sein. Wir können ja die ganze Welt besuchen und einen Staat nach dem anderen reformieren. Nur lassen wir die Leute dort zehn Minuten alleine und sie versuchen selber die Reformen zu entwickeln und die positiven Anreize zu setzen, die allgemeinen Messgrößen und die speziellen Messgrößen dann machen die sofort fünf wenn wir die zehn Minuten allein machen lassen dann machen die sofort zehn Fehler. Also wir dürfen die da während des Prozesses des Reformierens nicht allein lassen und die sollen dann auch die Finger von den Systemen lassen. Wenn sie sehen, dass irgendwas nicht ideal läuft, müssen die uns rufen, damit wir das korrigieren und nicht dann sozusagen eine Verschlimmbesserung gemacht wird. Also die Staaten sollten ihre eigenen Finger weglassen von ihren Systemen. Wir sagen ihnen, welche Hand sie anlegen müssen und überwachen das, dass sie das auch richtig machen und danach sollen sie aber die Finger davon lassen. Denn sobald sie denken, sie könnten da was selber machen, dann wird sich sofort zeigen, dass ihnen 50 Jahre Naturwissenschaftserfahrung fehlen und sie dann plötzlich irgendeinen Fehler machen und das Ganze geht nach hinten los. Ja, also, ich will doch als Wähler, um das nochmal ganz klar zu machen, um den Grundgedanken des Reformierens klar zu machen, ich will doch, dass mein Hausarzt belohnt wird, wenn er dafür sorgt, dass ich nie Krebs, Herzinfarkt oder ähnliche Erkrankungen bekomme. Das will ich doch, also wähle ich das doch. So eine Partei wähle ich, aber im Moment tut mir leid, liebe Freunde von Die Basis Wir 2020, bis jetzt ist euer Programm für mich unwählbar. Wenn ich jetzt in Baden-Württemberg leben würde, ich könnte euch nicht wählen. Ich kann doch nicht etwas wählen, was für mich schädlich wäre. Ich kann doch nicht etwas wählen, wo am Wahlprogramm auch etliche Verschwörungswahnkranke mitgewirkt haben. Und irgendwie so ein Zeugen-Jehovas-Programm gemacht haben, aus vielen schön klingenden Worten, aber nichts dahinter. Keine Substanz. Wenn ich die Zeugen Jehovas frage, wie machen sie denn mein Leben gesünder, länger, reicher, glücklicher, dann stottern die rum. Und ja, wenn ich sage, ja, aber ich spüre doch ganz deutlich, dass zum Beispiel ich eher ein Bonobo bin von Natur aus und dass ich eigentlich einen zwölfmal am Tag Sex brauche, wo kriege ich denn das bei ihnen, bei den Zeugen Jehovas? Na ja, das kriegen sie natürlich nicht. Ja, das ist ja, das ist ja, ja, ja. Und dann sind die am Stottern. Das heißt also, liebe Zeugen Jehovas, sie sind völlig außerstande, mein Leben gesünder, länger, reicher, glücklicher zu machen. Also das, was ich doch spüre, was ich will. Ja, gucken Sie sich doch mal an, wie viele Milliarden Menschen auf der Erde hängen rum in irgendwelchen Pornoportalen. Warum machen die das wohl? Weil die der Meinung sind, dass sie, um glücklicher zu werden, weniger Sexualität brauchen? Oder so wenig Sexualität brauchen, wie die Zeugen Jehovas ihnen anbieten? Nein, die sind alle in den Pornoportalen unterwegs und klicken da Stunden lang rum, weil sie alle spüren, dass sie mehr Sexualität brauchen, um glücklicher zu werden. Und jetzt kommen dann die Zeugen Jehovas und es kommt die Basis und die Wir 2020 und sagt mir als Wähler, naja, aber das kriegt ihr von uns nicht. Du kriegst von uns irgendwelche guten Absichten oder irgendwelche halbgaren Reformen oder irgendwas, Zeugen Jehovas oder Steiner Zeugen Jehovas mäßiges, ja, aber ihr kriegt von uns nichts Konkretes, kein konkret glücksünderes Leben, kein konkret längeres, reicheres, glücklicheres Leben, kriegt ihr von uns nicht. Warum soll ich die denn bitte schön wählen? Also liebe Freunde hier, ja, nochmal nachdenken, ich hoffe, ihr schafft es, diesem Strudel, das Verschwörungswahn ist zu entgehen, der natürlich vor euch steht, ja, Attila Hildmann zum Beispiel ist schon reingefallen in diesen Strudel, ja, der ist schon im Verschwörungswahn und redet, oder auch Xavier Naidoo, die reden von Satan und von irgendwas, ja, und das ist, genauso gut kann ich jetzt mit den Zeugen Jehovas reden, ja, die sind schon weg, die sind schon in dem Strudel, die sind schon im Verschwörungswahn drin, da kann vielleicht nur noch ein psychiatrischer Aufenthalt helfen, ja, aber liebe Leute, liebe Freunde hier von Wir2020, die Basis, Sucharit Magdi, Rainer Füllmich, Bodo Schiffmann, Klaus Köhnlein, Sie sind ein total vernünftiger Arzt, ja, Gerd Reuter, Herr Rosen, Eva Rosen und so weiter, alle, Herr Romberg und so weiter, lassen Sie sich nicht von diesen Zeugen Jehovas, die sich in Ihre Parteien reingedrängt haben, lassen Sie sich davon nicht infizieren, ja, lieber Dr. Med, Bodo Schiffmann, Ihre Grundhaltung, dass Sie da früher alles geglaubt haben, was vom Mainstream Ihres eigenen Berufsstandes, der Medizin kam, das war verkehrt, Sie waren da zu vertrauensselig und dass Sie dann jetzt erkannt haben, dass Ihr eigener Berufsstand gefährlich und schädlich ist, ja, das ist ein Fortschritt, aber Sie dürfen es nicht übertreiben, Sie dürfen nicht in Richtung Verschwörungswahn abdriften. Die Wahrheit liegt, bleiben Sie in der Mitte, bleiben Sie bei uns, bleiben Sie dabei, dass wir so starke positive Anreize setzen, dass das Geschäft der Medizinindustrie nicht mehr aus dem Verkauf von möglichst vielen Impfungen, Tests und Masken besteht, sondern aus möglichst viel bewiesener Förderung von Gesundheit. Dass ihr eigener Berufsstand so starke positive Anreize bekommt, dass er sich darum kümmert, das Leben der Bürger nicht mehr weiter zu beschädigen, sondern gesünder, länger, reicher, glücklicher zu machen. Weil es dafür, nur noch dafür Beute gibt, positive Anreize, Futter gibt, ja. Und bitte kommen Sie so auf den Boden, kommen Sie zu den Next Scientists for Future vom Weltrat. Da sind die richtigen externen Reformer und wir empfehlen Ihnen noch sieben andere, damit das Ganze nicht einseitig wird. Wir wollen ja nicht, wir haben überhaupt nicht den Wunsch, die einzigen externen Reformer zu sein oder generell die einzigen Reformer zu sein, sondern wir wollen, dass da eine Vielfalt ist, dass diskutiert wird und wir hoffen dann, dass wir überzeugen können, dass wir die besten Reformer sind. Ja, gut, so viel soweit. Ja, und dann nochmal die richtige Formulierung. Die vorteilbringenden Irrtümer, zum Beispiel der Sozialspartler oder der NGOs, wirken sich in den Hirnen der Opfer als parasitäre Meme oder Killerviren des Geistes aus, also als PMs oder KVGs. Die VIs wirken sich in den Hirnen der Opfer als PMs oder KVGs aus, also Killerviren des Geistes. Ja, so viel dazu. Und jetzt noch zur Talkshow. Was habe ich mir zur Vorbereitung der Talkshow schon auf meinen, ja, während der Talkshow mache ich mir natürlich Notizen, weil wenn die anderen ihre drei Minuten Redezeit haben, dann mache ich mir Notizen. Wenn er, wenn mein Hausarzt, den ich bis jetzt noch nicht habe, weil ich ja selber Gesundheitsspezialist bin, aber ich würde mir einen Hausarzt suchen oder ich wäre Mitarbeiter in einem Hausarzt, Gesundheitskommune, wenn diese neue Art von Hausarzt mir effektiv hilft, nie Krebs und Herzinfarkt zu bekommen, dann soll er doch dafür belohnt werden. Und das ist doch der einzige Weg der Vernunft. Alle anderen Reformen, die das nicht ständig beinhalten, sind doch von vornherein schon der falsche Weg. Ich möchte als Wähler, dass mein Hausarzt und meine Markt, Kiosk, Restaurantleiter sich den ganzen Tag Gedanken machen, wie sie mir helfen können, nie Krebs, Herzinfarkt und so weiter bekommen. Und ich hoffe, Sie als Wähler möchten das auch. WählerInnen möchten das auch. Und damit ist eigentlich schon alles gesagt. Man darf nicht irgendwelche Programme machen, die irgendwann einmal das Leben der WählerInnen gesünder, länger, reicher, glücklicher machen, sondern jetzt sofort. Wir müssen direkt darauf zusteuern und direkt dafür positive Anreize aussetzen als Belohnung dafür, dass genau das gemacht wird, dass die Leute morgens aufstehen, der Hausarzt aufsteht und sich fragt, wie kann ich denn das Leben von dem Herrn Dylan als meinem Kunden so viel gesünder, länger, reicher, glücklicher machen, dass der nie Krebs, Herzinfarkt oder andere Erkrankungen bekommt. Und das wollen 56% der Wähler verstehen das und sind bereit, das zu wählen. Und alles andere Rumgerede mit irgendwelchen Umsatzsteuern und so weiter ist alles völlig nutzloses Gerede, weil wie soll eine Umsatzsteuer unmittelbar dafür sorgen, dass ich nie Krebs, Herz oder Herzinfarkt oder ähnliche Erkrankungen bekomme? Kann sie doch nicht. Warum setzt Economy for Mankind nicht einfach positive Anreize für den Arzt, dass er interessiert wird, mein Freund wird und morgens aufsteht und sich fragt, wie kann ich das Leben vom Herrn Dylan ganz viel gesünder, länger, reicher, glücklicher machen, so viel, dass er nie Krebs oder Herzinfarkt bekommen kann. Das ist doch das Entscheidende. Also, das war's und damit werde ich auch dann in der Talkshow beginnen. Schluck Wasser. Wir lassen es mal gut sein für jetzt, denn ich muss ja noch fit sein für die Talkshow. Tschüssi, bis bald.